Hallo zusammen! Das Studium in einem anderen Land bringt jede Menge Begriffe mit sich, die nicht alle selbst erklärend sind. Man tut sich schwer, sich an sein neues Unileben anzupassen. Dieses Video gibt euch den Durchblick, sodass ihr bald fließend Unideutsch sprechen könnt. Wenn es euch interessiert, bleibt dabei! Als ich den Testdorf bestanden habe, war ich fest davon überzeugt, dass ich gut auf mein Studium vorbereitet bin. Nun saß ich zum ersten Mal in einem großen Hörsaal mit 120 Studenten und da war Land unter. In meiner ersten Mathe-Vorlesung habe ich zwar gewusst, was Plus und Minus bedeutet, aber das hat mir nicht richtig weitergeholfen, weil mein Professor, um die Gleichung zu erklären, die Wörter addieren und subtrahieren benutzt hat. Und die wusste ich nicht. Addieren kommt von Addition. 2 plus 2 gleich 4 ist ein Beispiel der Addition. Subtrahieren bedeutet von einer Zahl eine andere abziehen. 6 minus 4 gleich 2 ist ein Beispiel für Subtraktion. Was ich damit sagen möchte, die Uni-Welt genauso wie Unisprache unterscheiden sich stark vom Alltag. Ich habe mir überlegt, ein Glossar aus wichtigen Uni-Begriffen zusammenzustellen, so dass du dich ganz schnell im Kosmos-Uni integrierst. Aber nicht nur deswegen. So ein Glossar gibt eine gute Möglichkeit, besser diejenigen zu verstehen, die studieren oder einen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Wenn ihr noch mehr Videos zum Thema Studium in Deutschland sehen möchtet, verlinke ich die alle, die es bis jetzt gibt, in der Beschreibung unter diesem Video. Und jetzt zum Wortschatz. Wenn ihr soweit seid, dann los geht's. Das erste Wort ist Kommilitonen. Kommilitonen ist die Pluralform von Kommilitone und bedeutet Studienkollegschaft oder Mitstudierende. Der Begriff fasst alle Studenten zusammen, die in irgendeiner Form durch das Studium miteinander verbunden sind. Ein Beispiel, wie ihr das Wort einbringen könnt. Meine Kommilitonen veranstalten auf dem Campus ein Sommerfest. Audimax. Audimax ist die Kurzform des Auditorium Maximum und wie der Name schon sagt, ist es der größte und meist repräsentativste Hörsaal einer Universität. Hier können die meisten Studierenden Platz nehmen. Im Audimax werden die Großveranstaltungen abgehalten, weil hier mehrere hundert Personen Platz haben können. Auslandsemester ist ein sehr wichtiger Begriff. Das ist das Semester, das man an einer Hochschule oder Universität im Ausland verbringt. Die dort absolvierten Vorlesungen und Seminare werden dir, zumindest größtenteils, für dein Studium angerechnet. Auslandsemester ist eine gute Möglichkeit, sich fachbezogen weiterzuentwickeln, neue Kontakte zu knüpfen, aber auch ganz viele Erfahrungen zu sammeln. Auswahlverfahren ist ebenso kein unwichtiger Begriff, denn mit Hilfe des Auswahlverfahrens entscheiden die Universitäten, wer für einen Studiengang zugelassen wird. Ist ein Studiengang nicht zulassungsbeschränkt, werden alle Bewerber angenommen und das Auswahlverfahren entfällt. Wenn ein Studiengang doch zulassungsbeschränkt ist, müssen erst spezifische Kriterien erfüllt werden. Ich musste zum Beispiel für mein Masterstudium den Notendurchschnitt nicht schlechter als 2,0 haben, um angenommen zu werden. Hätte ich eine schlechtere Note gehabt, wäre ich nicht zum Masterstudium zugelassen worden. Wenn nach dem Auswahlverfahren noch freie Plätze zu vergeben sind, folgt ein sogenanntes Nachrückverfahren. Der nächste Begriff ist BIP. BIP steht für Bibliothek. Die BIP ist während des Studiums euer zweites Zuhause. Hier findet ihr alle wichtigsten Bücher und einen gut ausgestatteten Platz zum Lernen. Die BIP eignet sich, um konzentriert zu arbeiten oder hochschulinterne Software an den Computern zu benutzen. Und selbstverständlich habt ihr hier WLAN. Der Campus ist nichts weiter als das Hochschulgelände. Hier befinden sich alle Gebäude, die der Uni zugehörig sind. In manchen Städten ist der Campus sehr weitläufig und zerstückelt, während er in anderen Städten sehr klein und übersichtlich ist. RZS ist die Abkürzung für European Credit Transfer System. Die RZS-Punkte werden als Leistungspunkte bezeichnet. Mit Hilfe der RZS-Punkte kann man ungefähr einschätzen, wie groß die Arbeitslast ist, welchen zeitlichen Aufwand man einbringen muss. Je mehr RZS man pro Modul bekommt, desto schwieriger, komplexer, zeitaufwendiger ist das Modul. Regelstudienzeit Die Regelstudienzeit ist die planmäßige Semesterzahl, die zum Absolvieren eines Studiengangs vorgesehen ist. Die Regelstudienzeit für die meisten Bachelorstudiengänge beträgt sechs Semester und für die meisten Masterstudiengänge vier Semester. Es kann aber Abweichungen geben. Die Aufnahme einer Person als Studierende nennt sich Immatrikulation. Im Rahmen der Immatrikulation müssen zahlreiche Formulare ausgefüllt und Gelder überwiesen werden. Das Gegenteil der Immatrikulation ist Exmatrikulation. Das ist ein Fachbegriff für die Abmeldung von der Hochschule. Normalerweise werden die Studierenden erst nach dem Beenden des Studiums exmatrikuliert. Aber es gibt die Fälle, wo Exmatrikulation schon vorher erfolgen kann. Wenn man beispielsweise gegen hochschulspezifische Regeln verstoßt, den Semesterbeitrag nicht überweist oder bestimmte Leistungen nicht erbringt. Kolloquium ist ein wissenschaftliches Gespräch zwischen Professoren und Studenten. Im Gegensatz zum Seminar ist das Kolloquium eher weniger strukturiert, sodass ein freier Austausch von Wissen zwischen Professoren und Studenten entsteht. Die Mensa ist sowas wie ein hochschuleigenes Restaurant. Die große Cafeteria wird vom Studierendenwerk bereitgestellt und bittet eine große Menge an Studierenden preiswert, Mittag zu essen. In der Mensa zu essen hat übrigens nicht nur etwas mit der Nahrungsaufnahme, sondern auch mit sozialen Kontakten zu tun. Ein Modul ist eine Art Studienbaustein, also ein Oberthema im Studium, das durch mehrere Vorlesungen oder Seminare abgedeckt wird. Ein Modul dauert normalerweise ein oder zwei Semester und schließt mit einer Prüfungsleistung ab. Vorlesung ist der Klassiker unter Lehrveranstaltungen. Bei einer Vorlesung steht ein Professor vor den Studierenden und doziert. Im Gegensatz dazu arbeiten die Studierenden bei einem Seminar viel aktiver und der Wissensaustausch ist eher weniger einseitig. Studierendenausweis ist eine Eintrittskarte ins Studentenleben. Damit kannst du dich überall als Student ausweisen. Natürlich bekommst du automatisch mit dem Studierendenausweis sehr viele Rabatte und Begünstigungen. Das war's. Ich würde mich sehr interessieren, ob einige Wörter für euch neu waren. Schreibt mir bitte unten in die Kommentare. Ansonsten, wir sehen uns. Macht's gut. Bye. Hallo zusammen. Studierendenausweis beträgt sechs Semester und für die meisten zum Absolvieren eines Studiengangs vorgesehen ist. Hochschuleigenes Restaurant. Die große Cafeteria wird vom Studierendenwerk, denn mit Hilfe des Auswahlverfahrens, entscheiden sich zulassungsbeschränkt, werden alle Bewerber angenommen. Und das... Um...